Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Kelsey Parker vermisst ihren Mann über alles. Fast neun Monate ist es her, dass Tom Parker, Kreuz 33, an einem Hirntumor gestorben ist. In dieser schweren Zeit ging seine Witwe immer wieder offen damit um, wie sehr sie unter seinem Verlust leidet. Vor einigen Wochen machten allerdings Gerüchte die Runde, dass Kelsey wieder frisch verliebt sein soll, in Sean Bogans. Ihren verstorbenen Mann scheint die Blondine trotz allem sehr zu vermissen. Kelsey sprach mit der Sunday Times, wie sie das Leben und die Elternschaft seit dem Tod des Devonted-Sängers im März meistert. Ich fühle mich betrogen. Für die Kinder, aber natürlich auch egoistisch für mich selbst, verriet sie und fügte hinzu, was sie am meisten vermisst. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.